Die Berufsreifeprüfung, die Matura, bei der berufliches Wissen seine Anerkennung findet. Haben Sie bereits Erfahrung im Beruf und Lust auf die Matura? Die Berufsreifeprüfung ist eines der erfolgreichsten Modelle. Und das BFI ist dafür seit mehr als zwölf Jahren die Nummer eins in Österreich. Mehr als 50 Prozent der Absolventinnen und Absolventen in ganz Österreich haben ihre Berufsreifeprüfung beim BFI gemacht. Die Erfolgsquote beträgt 90 Prozent. Mit seinen 160 Einrichtungen bietet das BFI in ganz Österreich Lernen in einer modernen, für Erwachsene geeigneten Umgebung. Die Berufsreifeprüfung, die Matura, bei der berufliches Wissen seine Anerkennung findet. Die Berufsreifeprüfung besteht aus Prüfungen auf Maturaniveau in vier Fächern, die einzeln hintereinander oder parallel absolviert werden können. Das sind Deutsch, Mathematik, eine lebende Fremdsprache und der Fachbereich, in dem Sie ausgebildet oder beruflich tätig sind. Am BFI können Sie sich auf jede Prüfung in zweisemestrigen Kursen gezielt vorbereiten, auch neben dem Beruf. Viele nutzen diese Form der Berufsmatura, um anschließend an einer Fachhochschule oder Universität zu studieren oder um bessere Chancen in Job und Karriere zu haben. Und manche wollen die Berufsreifeprüfung einfach, um sich selbst zu beweisen, Matura machen ist gar nicht so schwer. Wer eine Lehre oder eine berufsbildende Schule absolviert hat, kann zur Berufsreifeprüfung antreten. Und übrigens, Lehrlinge können schon während ihrer Lehrzeit bis zu drei der vier Prüfungen ablegen, um mit der Lehre mit Matura Karriere zu machen und das sogar kostenlos. Für alle, die ihre Berufsausbildung für die Matura nutzen wollen. Die Berufsreifeprüfung am BFI in Ihrer Nähe. Eine Jacke GPhilippi Ein Netzwerk Eine Fantanische Spreche Eine Titelung